ja hallo willkommen mein name ist an die rolle und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom h2 final max er zur folge haben wir die welt von mulan abgeschlossen und den trend will ich jetzt bei beiden ich will es in jedem part eine welt schaffen wird weil beim zweiten mal dauern die nicht so lange und ja was habe ich nur auf screen gemacht ich habe für fünf minuten hier mich immerhin geportet und bin in diese höhle reingegangen und habe diesen ball angegriffen während ich in der meisterform war und ja jetzt mal bekommt man so ungefähr 27 welchen punkte und ja ich habe mich jetzt so lange aufgibt sich kurz vor einem level ab von der meisterform bin und ja das level abholen wir uns in der welt das schloss des pieces ab weil hier kann man auch sehr gut die meisterform leveln diese rüstungen hier in diesen eingang gelassen glaube ich alles drive kugeln und die das machen uns nutzer ja aber gut den trick sondern da ist bei so wie wir sie kennen also wie jeder der schön und das bis kuckuck hat kennt ich habe jetzt hier geguckt und er hat seinen anzug an hallo keine herzlosen und keine niemanden und niemand ja war weit können sie nicht sein müssen auf eis gefasst sein wie es denkt sich schon wieder verdammt hat wo ich einen ruhigen abend haben wollte da warum zum warum wurde da aus man müsste so aufgewacht warum seid ihr ja irgendwo da draußen muss die welt in niemanden sein sucht nach einem weg sie zu betreten ja es aber wirklich eine unterschiedlich wäre zu 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 Oh, vielleicht kamen wir zu einem schlechten Zeit. Nun, es gibt nur noch einen Weg, um herauszufinden. Donald! Ich meine besser als andere Enten, aber trotzdem. Jetzt, Monsieur, Mademoiselle, bitte, geniue den Abend. Und natürlich, unsere Ehreinbarung sind willkommen, auch. You are welcome indeed. Who's there? Your organisation. You don't know when to quit. Oh, yeah, we'll show you. Get out. Not tonight. Hi. Wer ruiniert, wie es ist, Anzug. Something you hold very dear. Yes, let you add no glow. Feast, we have to get rid of these guys first. Na ja. Du kannst hier bleiben. Ich glaub nicht, dass ich die Helden form hier benutzen werde. das bin fusion immer die irgendwas neues ok und das mache ich nicht also wenn ich die helden von vielleicht aufnehmen will ja so ist sowieso die einfachste das maupen da genie kommen ja da kann sich auch in die meister von von der blende an der von maria und schon erledigt was wir noch ein bisschen länger dauern aber egal wo ist ja ein glück geht es gut das soll ihnen den bis also doch nicht das wichtigste weggenommen stimmt etwas nicht weil ich komme nicht ganz mit leuchten nicht das einzige wertvolle auf dieser welt für das bieb ist sonst gehen und schockiert wie schnell der kampf vorbei war immer was und mein zweifel das war eigentlich perfekt es war mit dem schatten wir haben wir noch gar nicht in action gesehen die form oder übrigens auch ein driver bekommt diese kugel in holo feststellen auch nicht schlecht da müssen schnell hier ein also diese statu und rüstungen denn 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 bitte aber für mal immer die hier ist die kombination hier so lange kriegst du manchmal keine kommen raus auch was hat er knapp hat es noch ein paar kommen in wald kugel zählt hier das ist gar nicht mehr bekommen haben dafür 197 also ab nach rolle bestellen nach dieser aufnahme dann würde ich sagen er war irgendwann anders hier hochleveln nur weil ich jetzt jeder weil sich deinen gegner eine stadt oder und da war ich aber jetzt jeder selbst ein paar trainpacken weiß aber lange nicht die gegner ja nur ja da müsste man ankommen eigentlich morgen klauen da kommen wir jetzt habt ihr euch natürlich wo ich kämpfe ich nicht hier dauert viel zu lange bis ich erledige heute auch ich habe jetzt mit zwar ich hätte mich vielleicht heilen sollen das ist so eine geile idee hat man mit dem schluss schwert schießen kann so blöd hat einige gegner ja voll immun gegen feuer sind ein paar kleinere geht ja noch ja was habe ich nicht trotz kopf und so hallo war diese ganzen fähigkeiten schon oder was habe ich verschwendung weiter einfach weiter und ich komme katzen und wieder vor allem zurück ich hoffe ich komme noch ein paar gegner das macht sie nicht hier muss irgendwie zu schloss disney oder so gehen am besten ich habe da kommen gar keine herzlose mehr oder ich habe da Ich bin entschuldig. Du musst nicht entschuldigen. Aber... Na gut, Zora. Ich möchte, dass du den Kastel verlassen kannst. Schau mal an mich. Schau. Das ist das, was ich bin. Wenn du hier bist, ich versuchte, zu ändern. Aber ich war nur schuldig. Ich kann mich nicht anders sein. Ich werde immer ein Beast sein. Ich werde immer ein Beast sein. Ich sollte wie ein Beast sein. Aber niemand allein. Auf Wiedersehen. Belle. Du kannst das nicht sagen. Oh, ich denke, dass seine Wien alles gemacht hat. Ja. Schau, Belle. Geh das zu uns. Wenn wir die Beast zurückkommen können, wird er sich entschuldigen. Oh, Mann. ね! Ah, Gast. Ah, das ist harmlos. Es wird vor der Если Glennry. Das ist bardzo вамクasscierge. es ist eigentlich besonders an dieser eine rose er lernt eine frau zu lieben und ihre liebe zu gewinnen dann ist der zauber gelöst wir werden alle wieder zu menschen ja das hast du erwähnt aber es gibt ein zeit limit er muss seine wahre liebe finden bevor das letzte blütenblatt gefallen ist ja aber das ist nicht alles derzeit ist das umsorgende rosa ein liebgewonnener teil des täglichen lebens unseres herren geworden ist fast so als wenn all seine hoffnungen träume in dieser einen blüte liegen das arme wie es wissen sie für ihn zurückholen ich bitte euch darum kann das allerdings nicht ohne das bist du also wichtig für jetzt muss er selbst an teilhaben also wieder heilen ich habe schon ganz vergessen diese wetten können wir auch mal eine versuchen unseren zweiten besuchen immer die erste ist halbdings in der unterwelt kommen wir hey come on you need to hear this you used to be fearless you would have given your life to save bell don't you know what that meant to us you gave us all courage maybe you should have kept some for yourself i mean are you really gonna throw your happiness away the rose is your only hope isn't it Es ist die einzige Hoffnung für Cogsworth und die anderen, auch! Also, nicht deine letzte Chance! Erinnerst du, was es war, bevor Belle lebte hier? Siehst du? Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt! Ich weiß eine Sache. Was? Jetzt müssen wir eigentlich zurückverwandeln, wenn ich jetzt wieder ein neues Team mehr bekomme. Ja, wenn wir mal Donut raus, jetzt muss ich mich ja zurückverwandeln. Oder das Spiel explodiert, keine Ahnung. Wir haben ja voll... Ich weiß, wie man das Spiel hier umschummelt. Ja, nochmal Genie rufen. Oh ja... viens! Der ding ist, hat man wissen, was diese Leute zu erledigen... Wir waren drauf... immer so abgeben hinterlassen auch hier ist gerade ich ruf den lach oh nein in letzter zeit aber erwähnt sich was ich euch angreifen sagt sonst kann ich aber auch ich gehe euch mal erfahrungspunkte ehrlich oh ah oh ah jaja Ah, schade, in dem Fall. Oh Gott. Ich habe noch mehr von denen. Oh Gott. Oh Gott. Da kommt er gerade gerufen. Oh Hey Oh, come on, ey hier ist fähig das ist aber große dinger oh, es ist so überquert wir müssen die kompost einmal so lange kommt ja nie irgendwie zu stunden nichts bringt komme ich noch nie im leben ja 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 ich brauche eigentlich gar nicht die meisterform jahr zu leveln ich habe mich also auch die helden kommen und also mal konzert meine offscreen level rei sind kürzer jetzt schon direkt salden ich habe eine kopie kann ich dir geben we can exist fully and completely so you see that's why we need your heartless and you're nobody naja hat schon ist nach hallo besten damals geschaffen ist schon extrem ich glaube ja das sind die dragona niemand das wäre lächerlich das machen muss jetzt ja was macht ihr denn? ja, Biest, ist irgendwie dauernd am feiken hab ich da geführe nein, Biest, Biest kaputt, kann das denn sein ja, Biest, da muss ich aufpassen, ja, ich frage jetzt auf die Sprenger, ist auch nicht ja ja ja, da bin ich halt in mir mit auch auf die antiform aktiviert habe allgemein gegen die organisation 13 mitgliedern nicht gut einfach ganz langsam nach außen na klar normalerweise würde ich jetzt den part beenden aber wir machen das jetzt die aparte jede welt ein paar ich bin dem spiel noch fähig sein bevor klimats 3 rauskommt hallo ist das 1, zahl den Held Belle, die die Rose hält. und schnappen wir uns jetzt auch schon aus sein er ist auch schon ausgeschlossen so fragt ausgesicht vom biest da ist wirst du dran ok er hat eine menge lanzen sechs stück also jetzt den kriegst du das ist dicker alter macht ja ich glaube ich kann mich nicht in der form verwandeln weil ich habe dazu in erinnerung brüte eigentlich war ja komm Ah! Ah! Oh, zack! Wurf! Macht die Menge Schaden. Macht die Menge Schaden. Wurf! Oh ja. Kann aussprengen, ja. Weiß mal nicht, wie ich das gelernt habe, aber... ganz leidisch. Ah! Sprung! 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 mehr als man kann ich glaube nicht bekommen und sagt ich bin auch besiegbar sehr gut das kann jetzt knapp werden wie lange kann man irgendwie nicht richtig ausweichen dass man heute dadurch das war ja ja er ist nicht so schwer macht er direkt wieder sein ich wollte das gemacht haben da war nicht gut Komm herr! Komm herr! Komm herr! Wieso haben wir kann irgendwo da Blocken? Ja, okay, da kann ich nicht. Ja, okay, da kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich hätte sehr knapp werden können. Au! Komm her! Und sprung! Und wenn du das Maximum AP und Reflex, dass ich nie benutze, könnte man vielleicht hier benutzen können. Aber was soll ich? Noch eine Organisation mit Glied. Erledigt. Oh! Ich hab die nächste Welt Dauert. Oh, ich bin nicht sicher. Oh! Oh, ich bin nicht sicher. aber schauen ich habe es auch ich habe sechs parts aufgenommen ja ich trau es mal hier, es ist dein wieder Belle? ich weiß, du willst mich das Kastel verlassen was wichtig ist, dass du nicht von Zaldin getestet wurde du bist sicher und ich bin sehr dankbar für dich für die Rose zurückgebracht zu mir danke danke das ist das wenig ich kann du bist gut für mich und du musst nicht sein hör, Belle ja? sag komm komm du kannst es tun wir haben Confidence nicht mehr nicht mehr die Tasse überhaupt eine einzige Belle ich möchte dich irgendwas gesagt bitte bitte ich werde mein Stroll Musik hey did you see the look on Belle's face when she grabbed that rose? hä? ja she sure was having fun all right she is rather unique isn't she? das schloss des bies abgeschlossen zweite welt komplett abgeschlossen na eigentlich war der fluss der nostalgie die erste wird immer komplett abgeschlossen haben aber wenn wir jetzt hier manch kleinlich und dann können wir wieder zurück zur unterwelt das machen wir was war wir uns darum in der nächsten folge 39 natürlich jetzt denke ich hier so oft was wahrscheinlich nur damit ich sagen ich bin die part hier wenn ich das video gefallen hat hinterlasst doch irgendeine art von feedback kommentar warum wollte ich nach land sagen aber ein abo ein kommentar ein habe ich schon gesagt like dislike was auch immer zu zeigen dass ihr da seid ich tue auch nichts keine ahnung keine sorge egal tschüss bis zur nächsten folge